Heiraten in Zürich. Gebrauchsanweisung für eine glückliche Ehe. Suchen Sie sich den passenden Partner. Sie müssen es ja schließlich ein Leben lang mit ihm aushalten. Schauen Sie dabei nicht nur aufs Äußere, aber Sie haben recht. Die inneren Werte allein machen ja auch nicht glücklich. Genießen Sie einen romantischen Antrag, denn es wird wahrscheinlich Ihr letzter sein. Wählen Sie Ihr Hochzeitskleid mit Bedacht aus. Ich sagte doch, mit Bedacht. Lassen Sie das Hochzeitsdatum unbedingt in den Ring Ihres Auserwählten eingravieren. Männer vergessen den Hochzeitstag später nämlich garantiert. Und jetzt, jetzt wird's ernst. Lassen Sie die Ringe nicht zu Hause liegen. Sagen Sie laut und deutlich Ja. Und freuen Sie sich schon jetzt auf das anschliessende Hochzeitsfest. Damit dieses rundum gelingt, sollten Sie frühzeitig im Zunfthaus zur Waag reservieren. Denn erstens sichern Sie sich so einen der drei traumhaften Säle für 14 bis 120 Personen. Zweitens serviert man Ihnen vom zünftigen Aperu bis zur himmlischen Hochzeitstorte alles, was das kulinarische Herz begehrt. Drittens ist Partylaune garantiert. Denn auf Wunsch wird auch gleich das Unterhaltungsprogramm organisiert. Und viertens sorgt der rührige Gastgeber Sepp Wimmer für alles, was Sie brauchen. Damit Ihre Hochzeit ein wahrhaftig unvergängliches Erlebnis wird. Lassen Sie sich persönlich beraten. Zunfthaus zur Waag. Telefon 044 216 99 66. www.waag.ch www.waag.ch www.waag.ch